und willkommen zurück leute heute machen wir mal einen kleinen guide für euch ihr seht natürlich schon wo wir gerade stehen ich gehe mal ein bisschen so unter die karte wir stehen am roten arc und warum wir hier stehen ihr seht ja schon links steht ein wirrwern und rechts rechts stehen die quatsäle und ganz hinten im hintergrund ist der stone bear und übrigens stone ist natürlich wieder mit dabei mit seinen schönsten augen so habe ich mich in stone in länder am ersten tag verliebt so und heute werden wir euch erklären ein ganz kleines tutorial oder ganz kleines kleiner guide wie ihr von einem arc ihre tiere zu einer anderen karte transferieren könnt wir sind jetzt im moment auf seer island bis sechs mal ganz kurz auf der karte damit ihr das auch erkennt wenn die karte aufgebaut ist seer island kennt ihr auch das ist die standard karte wenn ihr jetzt zum beispiel center spielt oder ihr spielt irgendwelche anderen mod karten oder ihr seid vielleicht auf dem dlc scorch earth und möchtet unbedingt irgendein tier haben wie jetzt der stone wollte seinen drachen unbedingt hier haben dann hat er einfach durch diesen arc das geht bei jedem arc ob es der grüne ist oder der rote ist der blaue oder sonst welcher könnt ihr eure tiere oder lieblingstiere eben rüber transferieren auf die andere karte und das zeigen wir euch jetzt mal wie das geht wir haben uns extern bären ausgesucht den stone bär warum weil wir werden den jetzt nach scorch erst transferieren und in scorch erst gibt es keine bären und haben eben dort ein bär wunderbar ist auch gut erklär mal ganz kurz du hast du hast jetzt diesen stone bär jetzt gezähmt und der hat glaube ich besondere bonus punkte glaube ich nicht gezüchtet gezüchtet zu gestrichen ja okay wenn du die tiere halt züchtet kriegen die halten bonus auf das ist keiner das ist ein standard das hat jetzt habe ich natürlich ein standard genommen ist aber nicht so schlimm also das ist wenn zwischen das kriegt der charakter der ihn gezüchtet hat also in diesem fall der es wäre ich bonus drauf auch mit dem schon alles und das geht dann verloren wenn transferierst das du da müsstest du deinen charakter den hier hast auch über transferieren der charakter der wirklich gemacht hat kriegt diesen bonus auch wenn der andere karten genauer gleiche idee von steam hat ist das ein anderer spieler für park da geht der bonus verloren das habe ich hier bei meinem weiband auch hier ist der bonus drauf war drauf habe ich in scorch erst gemacht und hier auf das island habe ich den bonus jetzt nicht weil du natürlich ein anderer charakter bist das dort natürlich lenya hier in das island und lenya in scorch erst und eben diese lenya in scorch erst hat diesen bonus und nicht die lenya hier in das island also müsstet ihr immer darauf achten bitte wenn ihr jetzt ein super tier habt was mit tollen bonus punkten ist weil ihr dann selber gezüchtet habt aufpassen bitte die punkte werden verloren gehen aber ansonsten wird das spiel das spiel der das tier problemlos rüber transferiert okay wir machen das jetzt mal um ein tier rüber transfer zu transferieren müsst ihr immer in diesen kreis hier von diesem arg rein jetzt zum beispiel haben jetzt die kürzer da draußen geparkt das hat einfach keinen sinn gehabt einfach nur weil wir da draußen geparkt haben aber die sind natürlich außerhalb dieses kreises die werden erst gar nicht mit hier abgerufen wir kriegen jetzt mal ganz kurz zusammen auf diesen arg geht einfach ganz nah ran und drückt oder eben die taste auf der konsole und ich habe damals immer irgendwie gesucht wie es funktioniert mit diesem blöden hochladen und hat natürlich immer auf diesen drei drei dingens hier gesehen da kann man ja eben nur die boss monster rufen aber man muss einfach hier ganz oben steht trans mit ark data und da klickt immer drauf und wir machen das mal ganz kurz erstmal ich glaube erst mal den sattel oder ich konnte besagt machen als erstes weil wichtig ist da wird euch das spiel oder dieser arg auch gleich sagen ihr habt es wenn ihr auf deutsch habt steht es auf deutsch wir haben es auf englisch das spiel wird euch sagen wenn ihr ein tier rüber transferiert achtung alle items die im bauch also im inventar ich sag mal bauch im inventar sind oder am körper das heißt jetzt so gesehen der sattel oder hier wenn das jetzt der queen wäre die ganzen items die ganzen strukturen werden verloren gehen also gesehen der sattel fällt einfach ab das hatten wir eben immer ganz gut getestet der fällt einfach ab und liegt hier so eine tasche bei den strukturen weiß ich das nicht ich glaube die fallen komplett aus und die gehen ja die fallen auseinander und sind verloren also bitte aufpassen tiere ohne items im inventar oder einem gegenständen am körper alle ab machen vorher bevor man es transferiert so jetzt haben wir euch das noch mal ganz kurz wir gehen die ganzen daran drücken eben das auch mal anzeigt so gehen noch mal auf trends mit ark data und dann ziehen wir einfach erstmal ganz kurz den sattel den wir natürlich rüber schieben möchten hier rein und dann haben wir das schon geschafft da habe ich das war's bei den items ist das genau also bei den ark bei dem ark mit den items ganz einfach ihr zieht die einfach rüber hier ich kann es noch das schwer dazu ziehen das ist das schwert auch noch dabei und es kann das jetzt überall wo ich auf irgendeiner karte bin the center wie heißen ganzen karten dies ganze mod karten die so gibt könnt ihr einfach auf den ark zugreifen und dann seht ihr dort diesen sattel wenn ihr natürlich darauf zugreift so der sattel ist natürlich jetzt schon mal rüber transferiert und das mit t zu machen muss das alte auswählen vorher wenn du was so transferieren wolltest zum bär zum beispiel drüber und hier muss das item wirklich auswählen und dann t drücken zum rüber transferieren sonst macht das nicht du meinst jetzt einfach transferieren muss das item ganz auswählen das heißt wenn du ein tier oder irgendwo anders hin transferieren willst kannst du die maus einfach drüber fahrrad lassen okay hier muss das item regelrecht auswählen tastendruck dass es umrandet ist und dann kannst du erst mit t wenn die maus drüber ist über transferieren die maus drauf muss drauf sein und es muss aktiviert sein sonst macht das nicht und beim zurückholen genauso alles klar und ähm bei dem beim tier wie gesagt die tiere müssen in diesem kreis hier sein von dem ark ob das wieder rote oder grüne ist oder eben hier sind wir beim roten genau dann geht ihr einfach auf den ark wieder trans mit ark data und dann könnt ihr zum beispiel upload survivor data das wärt ihr selber da müsst ihr aufpassen ihr könnt euch auch in eine andere karte zurück auf eine andere karte transferieren lassen mit dem ganzen level die jetzt gerade habt müsst ihr aber eben wirklich aufpassen dass ihr es nicht macht natürlich bin jetzt nicht wenn ihr es machen möchtet macht das gerne aber da müsst ihr nackig sein sonst fällt einfach alles ab was ihr habt oder es geht auch verloren wir wollen aber jetzt hier eben ein tier und deswegen machen wir einfach upload creature data und da klicken jetzt drauf und dann seht ihr zwei namen einmal der stone bär das steht hier ganz nah bei uns und der werse jacquillo das ist ja der lightning wir haben jetzt einfach hier eingestellt damit ihr eben sehen könnt das sind die tiere die jetzt gerade hier drin sind das klicken wir auf den bären jetzt die ganze stadt die er hat und dann kriegt ihr einfach ganz unten links auf upload dino so jetzt steht natürlich daran achtung bla 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 alle daten alle sachen die die im inventar sind oder auf dem körper des tiere sind werden alle verloren gehen deswegen immer aufpassen dann accept so und das tier ist weg der bär ist weg und nein und nein er ist jetzt verschwunden er wurde hier in diesen strahl nach oben gezogen ok leute und wir machen das nämlich jetzt folgendes wir machen jetzt einen kleinen cut wir switchen rüber zum dlc scorch earth ob es jetzt scorch ist es oder eine andere karte das ist nicht so schlimm von mir ist aus der center ist ja auch eine offizielle karte geworden wir switchen jetzt rüber zum dlc und dann laden wir einfach den bären mal für euch hoch und dann seht ihr einfach wie das geht okay bis gleich so lieben wir sind wieder zurück und ihr seht wir sind in scorch es ihr seht hier rechts das ist der das ist ein feuer wir waren glaube ich nur von dir der feuer wir waren vom stone und hinter mir ist meine schöne motto mit dem geilsten namen und jetzt zeigen euch mal ganz kurz wie wir einfach den bären rüber transferieren können einfach hier ganz oben wieder transmit data damit den sattel rüber ziehen und ja dann hat den sattel und dann machen wir jetzt einfach download creature data und da ist das stone bär genau und haben ja und das machen wir einfach download dino hier sind die ganze stadt hat damit ihr auch gucken können wir jetzt welchen tier habt der zweimal stone bär heißt oder so dann guckt einfach welches level ob das der richtige ist und dann drückt ihr einfach download dino und dann kommt er vom himmel gefallen und kackt mir natürlich direkt auf den kopf so und er folgt natürlich direkt demjenigen der der denn auch geladen hat damit er eben nicht nur ich das jetzt vergesst oder sowas er freut sich ziemlich warm hier ich weiß so du hast mich gerade eben auch was an irgendwas dran erinnert was ich noch dazu sagen genau das war es also was wichtig ist dass man kann es so sehen wenn ihr ein tier so jetzt habe ich sie sich wenn die ein tier ladet durch den ark ist die die paarung dieses tieres blockiert für wie lange je nachdem von tier unterschiedlich ist von tier zu tier das ist glaube ich gerade ein tag 17 stunden ein tag ich glaube es war ein tag 18 stunden wir hatten das glaube ich eben hin und her mal transferiert es kann sein dass es deswegen ist ein bisschen blockiert okay also gesehen achtet immer drauf ihr könnt die tiere nicht transferieren und dann sagen jetzt gehen wir mal hier drei vier bär bären transferieren über transferieren wir jetzt kann mal über die andere map und machen aber ganz kurz großes großes kugelbumsen oder so das geht nicht da müsst ihr eben warten da durch diesen transfer diesen transfer eben der arme bär steril ist für kurze zeit oder für ein paar tage eben okay leute das war es eigentlich schon wir werden jetzt mit dem superschönen drachen ist es ja eine tolle farbe ausgesucht superschönen drachen den bären schnappen und ich werde natürlich mit wenn man das schön reifen dem bären ja okay wenn ich nachher mal aussetzen das machen wir gleich wenn wir dann zu hause sind richtig wichtig ist wenn es ein offizieller server ist ihr könnt nur tiere transferieren von offizieller du hast mich gepackt mit der motto was mich einfach so runtergerissen ihr könnt nur tiere transferieren von einem offiziellen server zum offiziellen server oder von unoffiziellen server zu unoffiziellen server wichtig ist auch bevor dann schon die ersten kommentare kommt das geht nicht es geht es geht aber nur dann wenn das der server auch zulässt in der standard einstellung ist das immer erlaubt wenn aber ein server das nicht möchte dass man tiere irgendwo hoch lädt nicht dass da jetzt irgend schon jemand kommt level 1 und zu sein sein bären 100 oder 200 level 200 hochladen das gibt viele server die blockieren das automatisch wenn es nicht geht dann fragt irgendwie ein admin ob das dort möglich ist und wenn es nicht möglich ist dann müsst ihr in den server wechseln also immer darauf achten wenn ihr privat spielt brauchte nun spiel starten das ist auf der standard einstellung also da ist es alles stink normal und da könnt ihr es immer machen so ich mache nicht auch von single player ein multiplayer transferieren das heißt die leute die meinen hat ein single player scorcher server hat keinen offiziellen gefunden der spiel möchte und dann transferiert er seine sachen zum beispiel auf den server von der island vor spielt genau auch möglich alles klar das war's willst du noch zu mir fliegen ein bisschen da bin ich bin ja auch gleich da mit 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 der motto ok leute ich mach mal hier schon abmoderation mir sieht den arg im hintergrund und so geht das mit dem tieren eben wie man die tiere dann nicht von einer map zur nächsten map transferiert total easy habt ihr gesehen braucht nichts keine programme oder sonst was also arg macht das total einfach für euch so das war's und wenn es euch gefallen hat däumtchen hoch und es gibt natürlich ganz viele andere guides die werde ich noch in der endcard gibt es noch zwei guides dazu und ja ich will jetzt mal runter zu unserer base und werden immer was leckeres zum essen suchen bis dann und tschüss die können nicht nur im wasser schwimmen sondern auch land ein bisschen kriechen und ich springe euch dann an und saugen euch das blut ab so jetzt zeige ich das an mir und das lustige noch das schön ist einige von denen sind ja die haben eben eine krankheit und die übertragen dann acht und übertragen dann krankheiten so jetzt habe ich zwei angekleben zum glück habe ich jetzt gerade zwei erwischt die keine krankheit übertragen ihr habt da sonst links seht ihr zwei zeichen dass sie jetzt gerade zwei an mir kleben habe sonst habt ihr sonst wenn das eine ist der krankheit überträgt hat ja so eine art so kann ich toxisch ist zeichen kontaminiert konnte mir das zeichen genau und dann das problem ist dann wenn man in einer gruppe unterwegs ist es ist mir jetzt passiert ich bin mit meinem schneeflitschen mit meinem erobert im sumpf gelaufen hat dann ein an dem